Willkommen zu unserem Beitrag an der diesjährigen SAP NOW. ETM Next – die digitale Zukunft für ihre Ausrüstungs-, Werkzeugvermietung und Bedienpersonalverwaltung. Oder ein bisschen einfacher, dafür stehen die Buchstaben ETM – Equipment and Tool Management. Mein Name ist Reto Tomasini, ich bin Partner von BearingPoint und bin in der Schweiz verantwortlich für die Kunden im Segment Anlagen- und Maschinenbau. BearingPoint ist eine Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Geschäftstätigkeit. Mit mir heute ist Matthias Bosshardt, Head Order Management und Tool Rental Services bei Hitachi ABB Powergrids. Herr Bosshardt, schön sind Sie hier, freut mich sehr. Herzlichen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben und sich Zeit nehmen für uns. Herr Bosshardt, ich schlage vor, dass, bevor wir uns über ETM.next bei Hitachi ABB Powergrids unterhalten, wir gemeinsam unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Produkt ETM.next in einem kurzen Video vorstellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Herr Bosshardt, wir haben im kurzen Video ETM.next im Einsatz für die Bauindustrie gesehen. Grundsätzlich kann ETM.next für jegliche Ressourcen im Bereich Wartung, Industriedienstleistung, Vermietung in unterschiedlichsten Industrien eingesetzt werden. Und so natürlich auch bei Ihnen im Bereich Anlagen und Maschinenbau. Lassen Sie uns über den Einsatz von ETM.next bei Ihnen sprechen. First things first. Mögen Sie sich ganz kurz unserem Publikum vorstellen, bitte. Gerne. Wie gesagt, mein Name ist Matthias Bosshardt. Ich bin in der Firma ABB Hitachi Powergrids, verantwortlich für die Werkzeugvermietung in Zentraleuropa. Wir vermieten Werkzeuge nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt und bewirtschaften etwa einen Lagerbestand von rund 40 Millionen Waren wert. Bei diesem Rental-Service-Geschäft und Mietgeschäft. Welche sind die Herausforderungen, die Sie antreffen? Ich stelle mir die Logistik sehr umfangreich, sehr komplex vor. Erzählen Sie doch mal ein bisschen aus Ihrem Alter. Ja, wir haben ein Geschäft, das ist international. Wir haben viele verschiedene Tools. Das reicht von einer einfachen Handbohrmaschine bis zu komplexen Hochspannungs-Equipment, Prüfequipment. Und in diesem Zusammenhang hat man einerseits die Anforderungen der einzelnen Tools. Also wie bewirtschafte ich das? Das ist eigentlich der kleinste Teil. Es geht vor allem auch um Prüfungen, verschiedene Anforderungen in Form von Zertifikaten, die erfüllt werden müssen. Aber auch der logistische Teil. Einerseits muss etwas geliefert werden. Dieser Prozess kennen die meisten in allen Industrien. Aber das Ganze wieder zurückholen ist eher exotisch. Und eigentlich dieses Zusammenspiel birgt eigentlich die grössten Schwierigkeiten aktuell in unserem Geschäft. Sie haben sich für etm.next entschieden, ein Produkt innerhalb der SAP Industry Cloud. Sie beziehen etm.next als SaaS-Lösung in einem langjährigen Vertrag. Warum haben Sie sich für etm.next entschieden? Und was versprechen Sie sich mit dem Einsatz von etm.next? Ja, es ist nicht so, dass etm.next die erste Lösung oder die einzige Lösung war, die wir angeschaut haben. Im Gegenteil ist es aber gar nicht einfach, eine Software zu finden, die den Spagat schafft, einerseits zwischen der Logistik, das weltweite Exportieren und Importieren dieser Tools und andererseits das Verwalten des Equipments und gleichzeitig die Dokumentation von Zertifikaten. Ich denke, etm.next war in diesem Zusammenhang die Lösung, die eigentlich zusammen mit unserem ERP die meisten Vorteile gebracht hat. In welchem Umfang gedenken Sie und Hitachi ABB Power Grid etm.next einzusetzen und auszuladen? Aktuell haben wir ein Tool Hub in Europa und die Strategie ist, dass wir eigentlich diesen Blueprint, den wir jetzt aktuell mit dem Projekt am Laufen haben, dort aufsetzen. Ein längerfristiges Ziel ist aber tatsächlich, diesen Standard dann weltweit auszurollen und eigentlich mit den verschiedenen Yards globale Bestände, globale Prozesse, globale Standards einzuführen. Super, das würden wir gerne. Zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage, Herr Bossart. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit uns, mit BaringPoint charakterisieren? Ich müsste eigentlich die Frage umkehren, oder? Also es ist nicht immer einfach, auch in unserem Umfeld, dass es immer ein bisschen links, rechts, nach oben, nach unten geht, zusammenzuarbeiten. Also ich würde sagen, man hat sich da sehr gut gefunden. Das Projekt Team unsererseits, die Leute von BaringPoint, ist mittlerweile ein eingespieltes Team. Und auch wenn praktisch täglich oder zumindest regelmässig neue Anforderungen kommen, bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, dass wir hier ein gutes Projekt machen. Super, freut mich sehr zu hören. Herr Bossart, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Vertrauen in BaringPoint und SAP und für dieses Gespräch. Danke Ihnen vielmals, Tomasin. ETM Next ist ein Gemeinschaftsvorhaben von SAP und BaringPoint als Teil des SAP Co-Innovation Programms. Und im Folgen werden daher Johnny Clemens, Global Vice President und Industry Business Unit Head for Engineering, Construction and Real Estate von der SAP. Und ein bisschen einfacher, mein Kollege Markus Tapp von BaringPoint Ihnen ETM Next aus der Perspektive von verschiedenen Business Usern näher vorstellen. So, now we're going to take a bit of a deeper dive into one of the Industry Cloud solutions developed by our partner BaringPoint. This is the ETM.next solution, which is designed to help construction companies with large equipment fleets to manage those equipment fleets more effectively and to increase utilization of that equipment. So, now what I want to do is hand this over to Markus from BaringPoint to dive a little deeper into the solution. Yeah, thank you, Johnny. So, it is my pleasure to now detail the highlights recently shown in the video a little bit more. As you have learned, our Industry Cloud application, ETM.next, is dedicated to manage both the internal and external fleet and rental processes of your critical assets. With critical assets, we mean equipment, tools, consumables, machines, operating personnel, or any other kind of resources playing an important role in your business. ETM.next is covering the end-to-end process of handling inbound and outbound fleet and rental use cases of all such kind of resources. It is providing a comprehensive support for your resource planning to allow higher utilization rates of equipment and tools, as well as a more adequate disposition of your resources matching the requests from your business. Our solution is deeply integrated into site, project, and yard activities using a web shop for requesting and a native mobile app digitizing many time-consuming processes your users have to perform day by day. So, ETM.next is supporting commercial demands for internal, external, and joint venture business processes, including contracting, procurement, time and performance-based billing, flexible pricing, or damages and claims handling. It helps you to monitor and document safety and compliance relevant data, also for smaller tools, and is covering asset management aspects, such as maintenance, utilization, track and tracing of your assets with its controlling and reporting functionalities. Developed as a side-by-side extension to your SAP ERP system, whether it is ECC or S4HANA, it is operated on SAP Business Technology Platform and easy to connect to your ERP using the Cloud Connector technology. This architectural design will also allow a fast implementation track of our advanced ETM processes for your organization. To conclude, ETM.next processes are deeply integrated into your core ERP processes and will provide a seamless user experience by using the Fiori design principles to create a familiar user interface for your users, accessible everywhere, via the web and mobile devices. So, as a fleet manager or asset manager, you have to know where your equipment is at any time and know about its status. Geolocation by GPS coordinates enables ETM.next to show your inventory on home yard or other storage facilities, along with required information about your rental units. This can be status information, like in operation, available, defect, or in transit, or information about last transmission date to provide theft protection and decrease losses by geofencing. When selecting an equipment in operation, you can easily access inventory of the respective site and see where your rental unit is currently located. Information about individual resource units can also be seen on mobile. Various identifiers can be used for scanning a resource, like QR codes. The resource unit will be displayed with its current state and location on a map. Utilization of your assets is also a major topic, as cost pressure is increasing and you want to best use what you have invested in. You can secure your investments by using ETM.next's reporting capabilities. For instance, you can control utilization per quarter and per planning group or break it down to an individual rental unit to track your desired KPIs, like fuel consumption. ETM.next gives you all the flexibility you need for customized reporting by integrating also OEM telematic data, supporting international standards like AEMP 2.0. You can also use those data for billing purposes or triggering of compliance checks and maintenance tasks. So, as a Yard or Warehouse Manager, you need to know everything about your stock. Which rental units are waitable? What is their respective status? The Yard Manager Cockpit allows a complete inventory control by listing the inventory you are responsible for with quantity and status information. Advanced filtering and search functionalities will make it easy to use in daily business. You also find information regarding externally rented temporary rental units, as well as info about planned stock increases, which already can be considered for planning purposes. As an option, you can use the warehousing functionality on your yard to manage the exact location of your inventory. This feature can also be applied for larger projects to manage locations on site. Both management and execution of warehouse movements are also supported by our mobile app. As a Yard Manager, you also want to know about the tasks you and your colleagues have to fulfill. etm.next is listing the workload, for instance, what has to be provided to site and when is it due. You want to know which handovers have already been created and which are still pending. All handovers can be found in the mobile app as well to be executed there. You can find all required information in the handover, as well as adjust quantities or easily attach photos or videos. Handover execution can be confirmed by signature, which will be added to printouts whenever required to document your shipping processes afterwards. Not only picking and issuing can be confirmed with this procedure, but also the reception on site can be confirmed to achieve a seamless process documentation. Finally, the Inspection Safety and Compliance module helps you to monitor and execute inspection and compliance tasks, especially dedicated for smaller tools which are not maintained via your PM module. You can customize the tasks according to your needs, whether it is visual inspections, electrical checks, repairs or others, and also create templates for recurring tasks. With etm.next, your planners and disposition managers will find their workload in the Manage Request section. Here, they can already see the respective availability of the requested resources indicated by colored bars. To speed up the planning process, etm.next comes with auto-planning functionality as a background process to reduce the workload and allow more time for potential conflict management. Handling conflicts and unforeseeable changes with necessary care let your planning and disposition management best use your own resources. Our comprehensive planning board can be adjusted to your individual needs by selecting the appropriate view for your work list. Planning on group level is supported, so individual rental units must only be selected when starting the handover process. This feature tremendously reduces potential planning adjustments in comparison to only plan on an individual level. Your planning can be easily adjusted by drag-and-drop functionality. Furthermore, technical specification of your individual equipment can be retrieved directly from the planning board. Whenever you will experience a lack of resources available, the rental of an external resource can be triggered by creating a temporary resource. When such an external rental is required to fulfill the requests from your projects, it can be tracked in purchase records. Procurement in your back-end ERP can be triggered and required information like confirmed delivery date will be shown in etm.next. All elements of the ERP procurement process, like purchase requisition, release, purchase order, goods received, and invoices, will be controlled in the purchase record, while all ERP process elements can be easily accessed. Here you see one of many examples for the deep level of integration of etm.next into your SAP ERP system. So, to conclude our presentation of etm.next by BearingPoint, I kindly invite you to get in touch with us to start discussion about how the benefits of etm.next can add value to your equipment and tools management. And in addition, I would like to thank our partners and hosts at SAP for the great collaboration and all their support. So, thanks, Johnny, and back to you. All right, thanks a lot, Markus. That was a fantastic overview. And I think everyone can see why we're so excited about this next-generation equipment and tools management solution. Wir hatten Spass bei der Entwicklung dieses Produkts, dieses innovativen Produkts, etm.next, zusammen mit unserem Partner SAP, mit Hitachi ABB Power Grids, mit den weiteren Partnern. Ich hoffe, das sieht man in der Lösung. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt. Wir sind für Sie da. Beraten Sie gerne an unserem Stand, an der SAP Now, an unserem virtuellen Stand. Oder dann auch sehr gerne wieder von Angesicht zu Angesicht an anderem Ort. Ein ganz besonderer Dank gilt auch der SAP Schweiz für die hervorragende Organisation dieses ausserordentlichen, aber sehr spannenden Eventformates SAP Now 2021. Vielen Dank.